Wichtig ist, möglichst alle Anforderungssteller, das heißt alle Stakeholder, zu berücksichtigen und einzubinden, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfragen und auch zu verstehen, manchmal auch ihre Sorgen und Bedenken einfließen zu lassen, die sich durch die geplante Veränderung ergeben können. Dann natürlich die Anforderung selber, eine gute, saubere Analyse der Anforderungen, zum Beispiel kritisch zu hinterfragen, welche Anforderungen sind denn relevanter als andere? Meistens sind ja mehr Wünsche da als Kapazitäten, diese Wünsche, diese Anforderungen umzusetzen. Die Dokumentation der Requirements, die Kommunikation an die Umsetzern, das sind ja meistens Kolleginnen und Kollegen aus der IT. Und als dritter Punkt, das Ergebnis selbst, das kann ein gutes Produkt sein, ein IT-System, ein funktionierender Geschäftsprozess, nämlich dass die Wünsche und Anforderungen tatsächlich erfüllt werden, auch wenn Business Analysten meistens nicht oder kaum an der Umsetzung bzw. Programmierung beteiligt sind, entscheidend ist auf dem Platz. Und von daher das funktionierende System, der funktionierende Geschäftsprozess, ganz wichtig und erfolgskritisch. Es wird noch stärker eine eigene Disziplin sein, ein eigenes Berufsbild. Dazu ein Vorgehen im Unternehmen, das standardisiert ist, das abgestimmt ist unter den Business Analysten, ein methodisches, systematisches Vorgehen. Es wird wichtiger werden, besser zu differenzieren, wann gehen wir agil vor, wann ist eine iterative Herangehensweise besser, wann bietet sich klassisch oder planorientiertes Vorgehen an. Dabei sollten bewährte Werkzeuge genutzt werden und ein Fokus sein auf einen einheitlichen Werkzeugkasten, aus dem sich die Business Analysten bedienen können. Es wird noch mehr als heute wichtig sein, agil vorzugehen, schnell reagieren zu können, schneller zu Ergebnissen zu kommen, neue Anforderungen aufzugreifen, bestehende Anforderungen anzupassen. Und in dem Zusammenhang werden auch agilere Werkzeuge wichtiger und notwendiger, zum Beispiel Kanbanboards. Wir werden veränderte Technologien haben, bestehende Technologien werden verstärkt eingesetzt, zum Beispiel künstliche Intelligenz oder die Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen. IT-Systeme werden zunehmend erlauben, dass Fachbereiche oder Business Analysten Anpassungen vornehmen können, zum Beispiel bei Entscheidungen in Prozessen mittels DMN, Decision Model and Notation, oder bei der Bearbeitung von Vorgängen mittels RPA, Robotic Process Automation. Kleinere Veränderungen, mittlere Veränderungen können dann durch den Fachbereich oder durch Business Analysten selbst vorgenommen werden. Wichtig natürlich zum einen, dass die handelnden Menschen, die Business Analysten, als Spezialisten gut aufgestellt sind. Und da ist jetzt relativ unwichtig, ob die Stelle oder die Rolle Business Analyst heißt oder Fachkoordinator oder Requirements Engineer. Wichtig, dass die Methoden und Werkzeuge vorhanden sind. Wichtig, dass die Rolle bewusst gelebt wird, dass klar ist, was sind die Aufgaben, was darf ich entscheiden, welche Verantwortung übernehme ich. Und darüber hinaus, dass die Fachbereiche, die Kollegen der Umsetzung, alle anderen Stakeholder die Rolle und den Mehrwert verstehen, den Business Analyse erbringen kann, dass man das deutlich macht, dass kommuniziert wird. Dadurch wird das Zusammenspiel besser und bewusster und dadurch wird ermöglicht, dass alle an einem Strang ziehen.